Hallo, Christoph Ensslin hier von Mindful Fx, dein EATON-Gastgeber. EATON, die Online-Konferenz für EA-Trader-Nutzer, für Expert Advisor-Nutzer, die vom 1. bis 18. November stattfindet. Ich möchte euch heute wieder von einem Speaker erzählen, von einem Vortrag, beziehungsweise von einem Speaker-Paar. Also, es sind zwei Leute, die einen Vortrag gemeinsam halten, die schon sehr, sehr lange an den Börsen aktiv sind, schon im letzten Jahrtausend professionell ausgebildet wurden und an Börsen und für Banken gehandelt haben. Das ist einerseits die Agatha Janik, professionelle Devisenhändlerin, schon seit mehreren Jahrzehnten und zusammen mit dem Daniel Fehring, auch er seit den 80er Jahren ausgebildeter Aktienhändler und dann auf die Devisenmarktseite gewechselt. Und die beiden werden uns einen Vortrag darüber halten, wie man ein Handelssystem, ein Handelskonzept Stück für Stück entwickelt. Und zwar einfach nur, in Anführungsstrichen, nur mit einem Chart und verschiedenen Indikatoren. Und da werden Sie darauf eingehen, auf die verschiedenen Indikatoren typen, weil es ist wichtig, die besonders gut zu mischen, um ein profitables System am Ende zu haben. Aber auch, Sie werden aus dem Nähkästchen plaudern und wirklich ein paar Geheimnisse preisgeben, wie Sie diese Indikatoren selber einstellen in Ihrem eigenen Trading. Ich bin da sehr gespannt darauf. Ich hoffe, Ihr auch. Du kannst dabei sein und Dir Deine Freikarte sichern unter www.eaton.de. E-A-T-H-O-N.de. Wie gesagt, EATON, die Online-Konferenz für Expert Advisor Nutzer. Also alle, die am Algo-Trading interessiert sind oder sich überlegen, ob Sie damit starten wollen, ob das überhaupt was für Sie ist. Der ganze Kongress, die ganze Konferenz ist wirklich ein Rundumblick. Wir haben aus verschiedensten Blickwinkeln Speakers aufgeleint, sogar Gegner des EATradings. Also alles ist dabei. Befürworter, Gegner, kritische Stimmen, positive Stimmen und eben sehr konstruktive Anleitungen, wie Du das selber anstellen kannst. Für Deinen eigenen Einstieg oder um besser zu werden, wenn Du vielleicht schon mit Expert Advisors oder anderen Algos unterwegs bist. Ich lade Dich ganz herzlich ein. Komm zum EATON 2022. EATON übrigens von Marathon abgeleitet. Du hast eben mit E statt mit Mar. Und ja, es ist im Prinzip Dein Trading Fitness Training für November, 1. bis 18. November. Komm, Freikarte, EATON.de. Alles Gute. Ciao, Dein Christoph.